Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfs Herz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in unserer neuen Welt. Ich denke mal, ihr habt mitbekommen, wir haben neu gestartet. Wir haben auch schon geplant, beziehungsweise das habe ich ohne euch gemacht, damit es niemandem auf die Nerven oder auf den Wecker geht. Und der Leguan ist geschlachtet. Der ist, glaube ich, auch verkocht worden. Nein, ist er nicht. Das ist natürlich schlecht. Da er jetzt nicht genug Nahrung für den Oberen da ist, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass er dann halt das Untere macht, nämlich die einfache Mahlzeit. Vielleicht war aber auch keine Zeit mehr. Von daher warten wir jetzt mal, was passiert. Ich glaube, fürs Kochen war Livy zuständig. Livy, Livy, Livy. Nein, fürs Kochen war Rick zuständig. Der ist natürlich in der Feldarbeit, steckt der fest. Ich würde jetzt aber sagen, dass Kochen auch wichtig ist. Einmal. Nur jetzt einmal, um zu gucken, ob das klappt. Ob der sich die 22 nimmt und da dann zwei Rationen rauszaubert. Oder nicht. Ja, macht er. Sehr schön. Das funktioniert also. Das ist sehr gut. Hätte der jetzt Ressourcen für das Obere gehabt, also 40, dann hätte der gleich vier gemacht. Wunder, wunderbar. Ich bin begeistert. So, da jetzt eh nichts mehr zu kochen ist, lassen wir das mal so eingestellt. Dann kann er ja jetzt die Gartenarbeit, die Feldarbeit machen. Also, der Kühlraum braucht definitiv Türen, beziehungsweise eine Tür. Da kommen wir nicht drum rum. Da ist die Klimaanlage, die wird eingestellt auf minus 9. Auf minus 9 Grad. So, jetzt müssen wir die Batterien halt unterbringen. Ah, die Betten sind fertig. Das ist schön. Wer war denn jetzt nochmal verbandelt? Ich glaube, Teddy und Rick. Gucken wir mal eben. Teddy. Geliebte Livy. Also, Teddy und Livy. So ist es. Das heißt, wir weisen das hier zu. Teddy und Livy. Und das kann sich der Rick dann selber zuweisen. Da müssen wir nichts weiter tun. Dann können diese hier jetzt weg. Und ab sofort wird mit dem Dach über dem Kopf geschlafen. Ein Überfall. Das ist dann auch der erste. Wir haben ja jetzt tatsächlich auch schon zwei Folgen Ruhe gehabt. Jetzt wird es scheinbar mal Zeit für den Überfall. Piraten. Oh, das ist ein schöner Name. Piraten von der Fraktion Hornisse-Vergeltung sind in der Nähe aufgetaucht. Sie werden sich noch vorbereiten. Das ist gut. Ich bin gespannt, wie viele. Einer. Das nenne ich aber mal großes Glück, würde ich sagen. Wir müssen die Kartoffeln jetzt freigeben. Damit die auch eingesät werden. Und die Baumwolle. Die erlaube ich jetzt auch. Obwohl ich warte mit der Baumwolle noch. Wir machen erst die Kartoffeln. So, das ist Klein. Ein Bauer mit einem Stahlmesser. Ein sehr guter Landwirt. Ein sehr guter Bergbauer. Und gut im Fernkampf. Das ist gut für uns. Weil im Nachkampf ist er schlecht. Und er hat nur ein Messer dabei. Verweigert geistige Arbeit. Ist eine lahme Ente. Aber hart arbeitend. Also Arbeitsgeschwindigkeit plus 20%. Wenn der am Produktionstisch steht, super. Wenn der hin und her läuft und Sachen tragen muss. Dann ist er halt ein bisschen langsamer als die Kollegen. Ich finde, der wäre durchaus geeignet für uns. Frage ist, wo kriegen wir den unter, wenn wir den jetzt nicht töten sollten. Ich würde sagen, hier oben. Wir stellen den Steinmetztisch. Ruhig. Hier nach draußen erstmal. Es ist egal, ob der draußen ist. Dann ist der halt ein bisschen langsamer. Wir müssen natürlich noch eine Tür bauen. Und einen Schlafplatz ausweisen. Ich mache das jetzt. Ich weiß natürlich nicht, ob wir den jetzt überhaupt bekommen. Also ob der nicht stirbt beim Angriff. Aber man kann ihn ja schon mal vorbereiten. Warum denn nicht? So, das ist ein Gefängnis. Ja, das geht nicht, weil die Tür noch nicht da ist. Da muss die erst gebaut werden. Stromkabel brauchen wir noch nicht. Wir haben noch nichts, was gekühlt werden muss. Wir machen erst die Tür. So, und da der Tally sich da unten, äh der Klein sich erst noch vorbereitet. Müssen wir nur aufpassen, dass der Rig da nicht hinläuft. Der geht aber gerade, der holt das Silber. Das ist auch mal gut. Den brauchen wir eh nicht. Wir brauchen Teddy und Livy. Das sind unsere Fernkämpfer. Nur wenn der dem jetzt hier zu nahe kommt. Ich würde sagen, wir holen unsere Lokte mal. Und ich glaube, das hier ist ein ganz guter Ort, um Angriff zu machen. Okay. Also, ähm, ist nicht angegriffen worden. Wir werden dann einen Präventivangriff machen. Wir haben hier schöne Deckung durch die Steine. Wir stellen Teddy mit dem Gewehr hier hin. Und Livy dorthin. Und da geht der Angriff schon los. Also, wenn wir gute Schützen haben und die sind nicht schlecht, dann ist der gleich tot. Bewusstlos wäre mir halt wirklich lieber. Aber ich habe, ja, ich habe keine Hoffnung. Wir hätten es im Nahkampf versuchen sollen. Aber ganz ehrlich, wenn es dann darum geht, im Nahkampf selber Leute zu verletzen oder die Kolonie zu schützen, dann lieber die Kolonie schützen. Es werden schon Leute zu uns kommen. Der wäre jetzt aber tatsächlich nicht schlecht gewesen für uns. So. Ihr könnt weiterarbeiten. Das Messer sacken wir natürlich ein. Und wir brauchen die ersten Gräber. Die ersten Gräber. Unter, äh, Vergnügen auf keinen Fall, sondern diverses. Wo wäre, hier ist eigentlich ein schöner Ort, ne? Schön vor den Mauern. Das heißt, alle, die kommen, wissen auch direkt, aber wir können hier nicht, wir haben hier nicht viel Sand. Und hier, ich will die eigentlich nicht so dicht zusammenbauen. Das reicht auch erstmal. Okay. Tja, klein. Das ist schlecht gelaufen für dich. Ich denke, beim nächsten Mal wird der nicht, äh, der wird sowieso nicht wieder kommen, aber ich glaube, beim nächsten Mal wieder, werden ein paar mehr kommen. Die haben sich vielleicht gedacht, goh, diese Neue, die kriegen wir, schick kleinlos, alles klar, der macht das. Und dann hat er es nicht gemacht. Hier müsste jetzt mal weitergegraben werden. Hier natürlich auch, aber eigentlich sind die Batterien gerade wichtiger, weil sonst, ähm, funktioniert der Rest eh nicht. Ah, die ersten Steinblöden, Blöden, die ersten Steinböden werden geglättet. Hier liegt jede Menge von diesem Zeug rum. Entweder verschwindet das mit der Zeit, oder es verschwindet nicht. Es sieht einfach nur grottenhässlich aus. Das mit dem Glätten der Wände finde ich ja sehr gut. Aber ich glaube, die Böden, die werde ich auf Dauer wohl aus, ähm, aus Holz machen oder aus schönen Steinkachelböden. Irgendwas mit Muster, damit das nicht so grau in grau ist. Das, äh, sieht sonst nicht so schön aus. Ja, gut, alle unsere Kolonisten schlafen. Ich überlege, was wir als nächstes zwingend brauchen für die Ernte natürlich im Bereich. Die Sachen halten sich ja draußen auch relativ lange frisch. Die sind vier Seasons, also drei Quadrums oder vier Quadrums, also ein ganzes Jahr, glaube ich, haltbar, die Feldfrüchte. Ich glaube, die verkochen wir schneller, als das, was wir brauchen. Äh, als das, was wir schlecht werden lassen. Aber nichtsdestotrotz, dieses Lager muss natürlich auch fertig sein. So. Livi ist schon wieder wach. Das ist gut. Die macht jetzt Steinböden und hackt die anderen. Ja, obwohl, klar, das stört jetzt den Schlaf nicht. Die Steinböden, die Steinböden glatt reiben. Das, aber hier, das Aufstehen, ne, das hat Teddy gestört. Das, also manchmal ist es einfach, einfach ein bisschen merkwürdig. So, aber hier wird gerade ausgebaut, das heißt, wir können da gleich die, äh, äh. Ah, gut, Essen ist okay. Da können wir die ersten Batterien da reinmachen. Jetzt haben wir auch nur noch vier Rationen, es wird tatsächlich Zeit. Für die erste Ernte. Batterie. Numero uno. Strom. Und da ist jetzt der Stall dann ausgegangen, jetzt, wie ich gerade sehe. Das kann eigentlich nicht sein. Hier lag doch irgendwo noch was. Da. Das müssen wir nochmal leider dringend reinholen. Ich kann mal kurz gucken, ob noch mehr da ist. Es ist tatsächlich noch was da. Ja, hier, auch das muss dringend reingeholt werden. So, das Kartoffelfeld ist, äh, zur guten Hälfte eingepflanzt. Dann würde ich jetzt auch die Baumwolle erlauben. Denke, das geht klar. Und 97 Prozent, das heißt, die Ernte ist gleich fällig. Und dann haben wir auf jeden Fall Futter. So, hier ist es sehr kalt drin. Da ist es schön warm drin. Mit 36 Grad eigentlich zu warm. Das ist halt das Problem bei der Abwärme. Das lässt sich nicht regulieren. Das geht jetzt hier rein. Ob es gerade passt oder nicht, es ist dort warm. So, machen wir hier noch das Ding zu. Und da wird auch schon das erste Zeug verkocht. Schaut mal. Die ersten vier Rationen, äh, ja. Die ersten vier Rationen, die müssen aber gleich auch hier rein. Denn die müssen ja gekühlt werden. Also eine Lagerzone mit Nahrung. Also nichts außer Mahlzeiten. Das Ganze kriegt den Namen Speisekammer. Und hier dürfen Nahrungen oder Mahlzeiten nicht mehr gelagert werden. Denn die verderben innerhalb von drei Tagen leider. Gräber wären fertig. Offensichtlich stört sich niemand an Kleins Leiche auf dem Reis. Vielleicht ja, wenn dort geerntet werden muss. So. Mahlzeiten. Diese Steine müssen schnell raus. Es ist schon wieder Schlafenszeit. Der Rick macht immer lange, ne? Der kocht jetzt schon wieder. Entspannungsmöglichkeit benötigt. Okay. Das sehe ich ein. Wir bräuchten vielleicht mal was zum... Ich werde jetzt mal aus Holz einbauen, obwohl wir haben wieder Stahl. Ich mache trotzdem Holz. Das ist ein Holz-Hufeisen-Spiel. Das kostet nur 15. Das stelle ich hier hin. Können die da schön stehen und dort hinwerfen. Und da sind schon die ersten Steinwände glatt. Kann man hier sehen. Und die sind jetzt halt ohne Struktur. Manchmal wünschte ich mir, man könnte noch ein bisschen näher reinzoomen. Aber ich denke, man kann das erkennen, dass das halt glatt ist. Gleich bei Tag noch besser. Von daher sehr schön. Und wir können das mal vergleichen von der Attraktivität. Diese schroffen Wände hier, die geben halt minus 2. Sieht man? Ja, minus 2. Und die Geglätteten haben keinen Abzug mehr. So, warum ist hier minus 9? Warum ist hier minus 9? Äh, geh mal weg da. Ach, da liegt Dreck und Geröll. Ja, das kann man aber auch wirklich schlecht sehen. Ja doch, das Geröll, das sieht man ja ganz klar. Warum wird das eigentlich nie weggemacht? Ja, Reinigen ist nicht die höchste Priorität jetzt bei uns. Das ist einfach der Grund. Ist halt so. So, da wird ja schon gefuttert. Sehr schön. Die werden wahrscheinlich liegen bleiben. Ist aber nicht schlimm. Die sind dann halt auch noch haltbar. wenn die anderen Nahrungen mal ausgehen. Ähm, ihr wisst, was ich meine. So, Reis. Reis, Reis, Reis. Ich weiß nicht, ob Ernte vor Aussaat geht. Ich schätze schon. Sehr schön. Äh, leider mit Brocken. Schon wieder. Wenn man welche braucht, dann kriegt man keine. Diese geglätteten Wände haben übrigens noch einen Vorteil. Den will ich gerne mal zeigen. Sie verhalten sich zwar wie Steinwände, wenn wir sie abbauen. Also, sie werden zu Steinbrocken, nicht zu Steinblöcken. Wir können aber ein Kabel drunter legen. Ähm, das ist ein wesentlicher Vorteil. Dieser Mond. So, okay. Zone. Zone, Zone, Zone. Erweitern. Wir haben die Kühlkammer. Unsere Leute können essen. Und sie können schlafen. Und sie können essen. Und schlafen. Alles wunderbar. So, Auftrag beendet. Steinblöcke. Wir haben jetzt 35. 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lücken. 10. Also müssen wir noch ein paar machen. Wo ist die Werkbank? So. Warum habe ich hier Lücken gelassen? Ganz einfach. Eine weitere Mod, die wir haben, sind die Embrages. Das sind Schießscharten. Und die werde ich ab sofort einsetzen. Einsetzen. So viele brauchen wir gar nicht mehr. Ach komm, wir lassen sie. Wir lassen sie herstellen. Ist nicht so schlimm. So, und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine kleine Verteidigung. Wo unsere Leute sich hinterstellen können und schießen können. Dann wird wahrscheinlich dieser Block hier eher im Weg sein. Die werden wir einfach abbauen. Dann werden wir hier eine Schießscharte haben. Ja, doch. Das ist in Ordnung. Wo habe ich die Lzow? Ich habe hier eine Schießscharte. Hier eine Schießscharte. Und hier eine Schießscharte. Können wir da ja theoretisch noch eine machen. Machen wir auch. Nehmen wir diese Blöcke hier weg. Dann kann von hier noch so in diese Richtung geschossen werden. Okay. Okay, okay, okay. Damit wäre auch der Verteidigungspunkt jetzt schon besser behandelt als im letzten Versuch. Aber es muss noch mehr gekocht werden. Es muss aber auch noch mehr geerntet werden. Sonst kann nämlich nicht mehr gekocht werden. Es wäre sehr schön, wenn Kochen und Feldarbeit nicht der gleiche machen würde. Ist aber leider so. Können aber wir können Livy mit Prio 1 oder mit Prio 2 ruhig. Das heißt, wenn nichts gejagt und nichts gebaut wird, wird Feldarbeit gemacht. Das heißt ja in diesem Fall nur ernten im Moment. Das kann die zwar nicht gut, aber ist besser, als wenn die alles alleine machen muss. So, da haben wir die Schießscharten. Passt jetzt halt optisch nicht unbedingt zusammen, aber ist ja eigentlich nebensächlich. Das ist eine schöne Sache so. Gefällt mir sehr gut. Ja, das Problem ist, das wird jetzt alles einzeln geerntet und dann sofort verkocht. Ich bin am überlegen, ob wir das nicht erstmal andersrum machen sollen. Und jetzt nimmt ja auch nur eine Mahlzeit. Das machen wir auch. Wir geben die Priorität fürs Kochen wieder einen runter. Das erstmal geerntet und neu eingesät wird. Damit wir mehr haben. mehr Reis. Denn hier kann noch mehr geerntet werden. Mit Sicherheit sind einige noch auf 100 Prozent da. Die hier oben zum Beispiel alle. Die sollen weggemacht werden und neu eingesät werden, damit es da weitergeht entsprechend. Da, jetzt läuft's. So soll das sein, genau. So soll das sein. Bringt nichts, wenn der hier zehnmal hin und her läuft und dabei dann drei Nahrung rumkommen. Okay. Hier ist alles glatt und schön. Das heißt, dieser Raum dürfte auch naja, Baracke halt, ne? Aber ist okay. Ist halt noch viel Schmutz auf dem Boden, der weggeräumt werden müsste. Aber das ist halt das Beste, was wir momentan machen können. Wir haben Batterien. Naja, Gefängnis sollte das hier sein. Wir haben... Wir haben eigentlich alles. Es sieht gut aus. Ich bin zuversichtlich. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass das gut läuft. Jetzt seid mal nicht immer so negativ. So, jetzt haben wir schon 752 Reis. 1082 Reis. So, und wie lange hält der jetzt? Das habe ich vergessen nachzugucken. Ich meine halt, wie gesagt, ein Jahr. Nein, es sind zwei Quadrums, also drei Quadrums, also dreiviertel Jahr. Ne? Das ist aber lang. Das ist aber lang. So, so, so. Es läuft, es läuft, es läuft. Wir können... Oh, ein Stück eines Raumschiffs ist in der Nähe abgestürzt. Das heißt, hier sind Bauteile für uns in der Nähe. Aber gut. Wir bauen weiter ab für weitere Räume. Ich mache jetzt erstmal den Batterieraum noch fertig, damit wir da nicht mehr weiter buddeln müssen. Dann würde ich hier als nächstes diesen Raum fertigstellen wollen, den Speisesaal. Mit Zugang von beiden Seiten. Und wenn wir den haben, dann werden wir uns hier diesem Komplex widmen für die Quartiere. Das heißt, eigentlich können wir den Flur bis hier auch schon mal machen. Für den zweiten Zugang da und dann hier entsprechend die ersten drei Quartiere schon mal. Das ist genug zu tun für Teddy. Definitiv. Psychische Beruhigung. Ui. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie sendet ein starkes psychisches Summen über die gesamte Region auf einer Frequenz, die scheinbar nur das männliche Geschlecht erfasst. Die Männchen kriegen einen Stimmungsbonus. Nehmen wir gerne mit. Wie viel Stahl haben wir momentan? 153, 26 Bauteile. Wir gönnen uns was. Dafür haben wir gar nicht genug Stahl, aber den können wir leicht beschaffen, denn ich habe irgendwo in der Nähe doch Stahl gesehen. Naja, Nähe in Anführungsstrichen. Großhändler von Alrealho. Wir haben die erste Karawane, mit denen wir sicherlich nicht handeln, denn wir haben nichts wirkliches zum Handeln, außer natürlich wahrscheinlich inzwischen wir kriegen gar nicht alles ausgewählt. Also hier sind 1218 Reis, hier sind nochmal 1200 Reis, also wir haben auf jeden Fall Reis zum Handeln, aber das gebe ich natürlich nicht weg. Wo war denn, hier ist noch Stahl, okay, das ist in der Nähe, das können wir zuerst abbauen. Das andere ist nämlich auf der anderen Seite, weiß ich wohl, dass da ein riesen Klumpen ist, aber das ist halt mehr Laufweg. Abbauen, zusammenhängt, so. 37 Erzfelder, dementsprechend müssten wir hier die Arbeiten jetzt eigentlich reduzieren, denn sonst sonst wird das nix. Ja, wir machen diesen Raum noch fertig. Oh ne, wir brauchen erst den Stahl, ist wichtiger. Okay, geht der Teddy schlafen, Rick und Livy kommen auch dazu. Outlander der Fraktion verlassen das Gebiet aufgrund der gefährlichen Temperatur. Es ist doch nur 33 Grad. Was sind das denn für Mimosen? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ja gut, aber Wüste spielt hier auch zum ersten Mal. So, auch die setze ich schon rein. Ich weiß, wir haben im Moment das Material nicht, aber dann vergesse ich es nicht. Strom reicht auch leider nicht hier für alles. Moment mal. Ach, durch das Setzen dieses, diese Solaranlage, die jetzt natürlich noch nicht fertig ist, habe ich hier den Stromkreislauf zu den Batterien unterbrochen. Das ist natürlich doof. Ne, hier. Und ja, das wird jetzt auch nicht fertig so schnell. Das heißt, das heißt, wir haben ein Problem. Ich kann es abbrechen, dann liegt der Stahl wieder hier und dann kann ich hier ja erst mal das Ding wieder fertig setzen. Dann muss ich aber das hier verbieten, damit das nicht zuerst gebaut wird von dem Stahl. Ich habe es falsch gemacht. So. Ich habe erst mal die Batterien wieder ans Netz kommen. Livy hat eine Nahrungsmittelvergiftung genommen. Ja, jetzt ist die Ernte halt und es wird nicht gekocht. Das ist mir wohl klar. Ja, komm, wir kochen jetzt erst mal wieder ein bisschen. Rick. Go, Gadgete kochen. Nimm noch Reis mit. Ihr nehmt kein Reis mit. Es liegt noch Reis hier. Ist okay. Warum sind die markiert? Die habe ich nicht markiert. Habe ich die markiert? So, ich will die jetzt noch nicht abbauen. Stromkabel steht. Jawohl, alles klar. Die Kühlung muss immer laufen. Darum war das jetzt ganz wichtig. Es wird gekocht. Da kommt neuer Stahl. und was macht Livy gerade? Erntet Reis. Ja, ist okay. Klar, die kann das natürlich ohne Rettungskapsel. Das ist gut. Also, wir haben den Abschluss einer Rettungskapsel registriert. Wenn jemand den Aufschlag überlebt hat, ist er vermutlich schwer verletzt. Wir können ihn retten oder fangen. Retten und der Wege ziehen lassen oder fangen und später anwerben. Das ist Lilith. Ein sehr interessanter Name. Und Lillith Luxemburg. Ich habe den Eindruck, dass das ein Name-in-Game-Name ist. Das heißt, einer der Leute, die dafür bezahlt haben, dass der Name im Spiel erscheint. Denn diese Kombination spuckt der Zufallsgenerator nicht aus normalerweise. Ganz klar. Und diese Werte sind auch sehr gut. Von daher, wenn auch noch eine Hintergrundgeschichte da ist, wartet mal. Können wir das irgendwo sehen? Eine Hintergrundgeschichte sehe ich jetzt nicht. Die kann man ja auch gar nicht abrufen. Ja, auf jeden Fall blutet die. Die müssen wir ganz schnell retten. Rick macht gerade die Mahlzeiten. Teddy ist am Hufeisenwerfen-Spiel. Livi erntet. Dann macht Teddy das Ganze. Und zwar fangen. Wir möchten natürlich die Dame aufnehmen. Und wenn wir sie jetzt retten, dann könnte es halt eben sein, dass sie sich am Ende bedankt und wieder ihre Wege zieht, äh geht. Wir möchten aber mehr. Sobald die hier drin ist, werden wir einstellen. Anwerbungsgespräch. Kräutermedizin bekommt sie. Das ist in Ordnung. Und Anwerbungsgespräch. Die Schwierigkeit ist recht niedrig. Von daher gehe ich davon aus. Klappt das auch? Jetzt muss ich mal schauen, wer macht das Aufsehen? Rick, der ist aber gerade mit Kochen über... übermäßig beansprucht. Ich würde daher sagen, dass wir Aufsehen auch da vorsetzen müssen. Oder wir setzen das jetzt alles auf zwei. Dann sieht das nicht ganz so dramatisch aus. Mit den Einsen muss man ja auch nicht inflationär umgehen. Und die zwei so eingestellt bewirkt im Moment genau das Gleiche. So, aber wer macht jetzt die medizinische Behandlung? Da kommt gerade keiner, ne? Ne, wie? Ah, versorgt. Alles klar. Gut. Dann habe ich vorschnell geurteilt. Aber warum dieser... Was soll denn denn dieser bescheuerte Weg? Naja, kommt auf jeden Fall rechtzeitig. Okay. Ist auf jeden Fall über dem Berg. Das sind alles nur... Äh... Es ist sehr warm hier, ne? Die kriegen... Ich glaube, unsere Leute haben, glaube ich, auch schon Hitzschlag. Ja, in der Tat. Es ist so heiß hier. Das ist halt der Nachteil mit der Abwärme. Das ist doch wirklich Mist jetzt. Was können wir tun? Ich kann es euch sagen. Es ist nicht schön, aber wir müssen Klimaanlagen setzen und die kosten natürlich wieder Strom und Material. Aber haben wir keine Wahl momentan. Wo ist denn bitte die Temperatur dort? Ja, wo können wir die setzen? Wir könnten hier eine setzen. Müssen natürlich erst den Fels abbauen oder... abbauen oder glätten. Glätten wäre schöner. Also machen wir das auch. Glatte Wand hier und hier. Erstmal nur da, wo wir die Klimaanlage setzen. Kann ich nicht abbrechen. Ich kann das nicht abbrechen. Moment. Doch. So, wo machen wir das noch? Hier haben wir schon eine Glatte Wand. Das heißt, hier kommt auch eine Klimaanlage rein jetzt. Temperatur, Temperatur, Temperatur. Kühlung. So. Und da dann auch gleich. Auf 21 Grad natürlich. Ist kein großer Bereich hier. Müsste daher auch funktionieren. Hier machen wir eine Lüftung rein. Das können wir später alles wieder abreißen, was wir nicht mehr brauchen. Hier machen wir auch eine Lüftung rein. Die würde ich eigentlich lieber hier machen. Darum machen wir diese Wand auch glatt. Mann, jetzt die drei glatt. Was soll der? Geiz. Jetzt wird auch gerade wieder ein bisschen kühler. Ja gut, es ist nachts. Klar. Okay, aber das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich denke, einiges haben wir ja schon geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne einen Daumen da oder Kommentare. Ich lese alle Kommentare. Ich kann nicht auf alle antworten, aber lesen tue ich sie alle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.